Hallo, herzlich willkommen, moin moin, liebe Zuschauer, eine neue Runde Minecraft Bad, wo es beginnt. Wir sind immer noch ungelernt, hoffen wir mal, dass unser Team einigermaßen gelernt ist. Yay, oh, gerade so weit gekommen, so weit habe ich noch nie. Ich möchte auch was haben. Wir sind ein Dreier, ja, das sind alles Dreier-Teams. Obwohl es jetzt Viertel vor eins ist, an der Nacht, immer noch gut was los hier auf dem Server. Boah, es reicht ja erstmal, muss dann auch das sein. Okay, oh nein. So, zack, die letzten und dann kannst du übernehmen. Zumindest mal eine Waffe haben. Jetzt können wir noch eine Kiste uns holen. Dann können wir nämlich hier unser Bett ganz gut dicht machen. Also kommt da keiner längs. So auch nicht. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Wer kommt da? Okay, ist einer von uns. Der nehmen wir doch gleich die richtigen Blöcke, ne? Dann sieht das auch so aus. Okay, ich brauche noch ein bisschen Gold. Da brauchen wir noch mal ein bisschen Rüstung. Ja, also, ne? Hier. Hütchen, Hütchen und Schuhe. Wir können uns auch noch die einfache Rüstung hier holen. Ups, ich wollte sie anziehen, nicht wegschmeißen. Sollen wir schon versuchen in die Mitte zu kommen. Na, das ist gelb ziemlich gut, ne? Okay. 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 Falls jemand angerannt kommt, kann das nicht schaden, wenn wir zumindest einen blöden Stock haben. Kleines Schwert. Ein Eisen für eine Kiste zum Beispiel. Ähm, eine Kiste. Ein Gold noch. Dann haben wir es. So, jetzt aber schnell. Ok, wir brauchen noch was zu futtern. Und wir brauchen noch ein paar Blöcke. Und wir brauchen noch ein paar Blöcke. Oh, dann hat er gleich wieder ab. Aber komm, wir kriegen den noch. Ein Treffer noch. Ok, da schießt einer. Warte doch. Ok, da schießt einer. Oh, da stehst du einen Weg. Na, den trifft man nicht, ne? Ein Stück höher, oder was? Ich glaube, wir sind ein Stück zu hoch. Hä? Wo ist denn da der Punkt? Ach, das wäre klar, ne? Grün hat sich erstmal ordentlich Gold gesnackt in der Mitte. Ich habe geile Scheiße getötet. Wir haben geile Scheiße getötet. Sollten wir uns das bloß nicht selber runterschießen lassen. Na, kommt noch. Na ja, so weiter in die Mitte. Ich muss ja versuchen, hier hochzukommen. Das macht mein Team gequippt sich gerade. Was macht der nächste Kleicher? Ein bisschen sichern hier. Oh, ich habe keine Blöcke mehr. So treffen wir den nicht. Weg war, ja. Kommt, den kriegen wir auch noch. Ach, Scheiße. Dann machen wir mal hier ein bisschen. Das war's ja höher, ne? Das war's ja höher, ne? Hm, den treffen wir nicht. Oh, was ist denn das? Ziemlich an der oberen Baumspitze. Da haben wir nämlich den Punkt. Aber so kommen wir ja auch hier immer nicht voran, ne? Ich habe aber noch keine Blöcke. Und den dürfen wir eigentlich echt nicht wieder entkommen lassen. Na, hört noch von dem Punkt. Da treffen wir jetzt nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr. Ich bin klar. Da कNN Das war's. Okay. Okay. Schade. Schade. Es sind immer noch alle drei Kollegen von jedem Team da, das ist ein richtiger schöner Bogen-Spam-Kampf diesmal. Gut, selber haben wir auf jeden Fall genug für die beste Rüstung. Dann holen wir noch schnell einen Hut, das Höschen und die Schuhchen, dann holen wir uns Blocker, dann holen wir uns ein Speedhuckle und dann holen wir uns das beste der Name. Beste der Name. So, dann können wir uns doch schon wieder hier was organisieren und zwar ein Schwertchen. So, da sind wir wieder. Watten Action gerade. Da geht auf einmal der Rauchmelder an, warum auch immer. Also auf jeden Fall brennt es schon mal nicht. Schon mal gut. Jetzt bin ich gerade ein bisschen außer Atmen, als ich so schnell hochgesprintet bin. So, dann holen wir uns wieder den Bogen und atmen erstmal tief aus, damit wir zunächst beruhigt sind, dass nichts brennt. Da kommt man ja in Wallen, ne? So. Rot ist gleich Geschichte. Jetzt müssen wir jetzt ein Scheiß hier loswerden. So, haben wir alles? Haben wir alles, ne? Ne, ein bisschen. Fleisch kann man noch mitnehmen. So. So. Gut, man hat gerade nicht geschlafen, das wäre jetzt mitten in der Nacht passiert. So. Das wird ein Kampf wohl zwischen Gelb und Grün. Wir müssen jetzt alles daran setzen, dass wir den mal treffen. Genau so. Aber der trifft auch gut. Wo ist denn mein Team? Sind die alle tot? Glaub nicht. Hier ist Gelb. Und wo bleibt die alle? Ich werde mir Mühe geben, dass die nicht mehr wieder rauskommen. Und hier auf jeden Fall wieder Zeit, sich ein bisschen zu kippen. Und die werden hier auf jeden Fall nicht mehr wegkommen. Und sobald die anderen dann wieder kommen, dann geben wir Vollgas. Okay, der eine wieder oben weg. Und es ist nur noch einer bei denen in der Basis. Okay, da ist keine Verbindung. Dann hauen wir sie weg. Dann holt ihr euch das Bett. Und ich pass mal auf unseres auf. Hä? Jetzt muss ich nur schnell genug wieder kommen, weil ich weiß, sie sind gleich sonst hier bei unserer Basis. Okay. 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 Und drauf. Damn. Vielen Dank. Man, 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 doch was ein Action hier. Hat mir immer wieder gerade die Sprache verschlagen, aber zum Glück haben wir es geschafft. Ich habe den Team noch schnell geschrieben, dass an der Base der Gegner ist. Puh, ha. Aber den haben wir mit den bloßen Händen weggeboxt. Und der andere ist auch den gleichen Weg längs gegangen. Also das haben wir ja gesehen. Wir wissen also, wo wir ihn erwarten. Vielleicht brauche ich auch die Rüstung hier gar nicht mehr. Naja, ich brauche die Rüstung nicht mehr. Okay. Sehr schön. Wir haben gewonnen. War eine schöne Runde, fand ich. Bis auf der kleine Feuer-Alarm zwischendurch. Bin mal gespannt, ob man das so in der Videoaufnahme hört. Ein Stück weit werde ich rausschneiden. Aber mal gucken. Also dann, ich danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Reinschneid. Reinschaut. Wenn es heißt, let's play Minecraft Bad Wars. Also, bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.